Wagen in Freiburg. Nach mehreren Monaten der Verhandlungen mit der Stadt Freiburg kam es nun zu einem neuen Vertragsabschluss für das Übergangsgelände im Industriegebiet Nord. Weiterhin konnte leider keine nachhaltige und langfristige Lösung für uns bzw. das Wagenleben in Freiburg gefunden werden. Wir können acht Jahre bleiben und sollen dann weg. Wie es dann weitergehen soll, steht in den Sternen. Zwischen der Stadt Freiburg und den Schattenparkern sollte laut altem Mietvertrag bereits 2007 eine langfristige Lösung erarbeitet werden. Allerdings blockt die Stadtverwaltung jegliche Anfragen von seitens der Schattenparke ab. Nach der Räumung von Kommandorino im August 2011 stehen viele Menschen auf der Straße und kämpfen weiterhin für einen Wagenplatz. Wie reagiert die Stadt? Sie gehen nicht in Gespräche und verhandeln. Nein, sie liefen seither bereits drei Wagen, welche am Straßenrand stehen, durchsuchen. Drei Wohnungen von Menschen, welche anders wohnen als die Masse. Ebenfalls benötigt die Wagengruppe im Bus ein Gelände, auf dem sie endlich langfristig wohnen können. Nachdem sie eine private Lösung gefunden hatten und auch hier aufgrund politischer Inhalt zum Tanz wieder gehen mussten, wurde wieder deutlich, welche Linie Städte fahren, wenn es um alternative Wohn- und Lebensformen geht. Nur ein Beispiel, wie mit Menschen umgegangen wird, die im Wagen wohnen. Anlässlich des Papstbesuches 2011 in Freiburg wurde für den Wagenplatz Schattenparker eine Allgemeinverfügung zur Duldung von LKA, Bundespolizei, Zoll, BFE, Bundesstafel französischer Gendarmerie, der Kantonspolizei Basel und Vertretern vom Polizeiruvier Nord-, Süd- und Herdern erlassen. Um 8 Uhr morgens wurde von ca. 150 Beamten rücksichtslos und ohne Vorankündigung in das Gelände gewaltsam eingedrungen. Kühlen von LKWs und Bauwagen aufgerissen und schlafende Menschen aus ihren Betten geholt. Ehe man sich versah, wurde man schon gefilmt, Befragungen und Beleidigungen zur Wohnsituation sowie anderen Schikanen ausgesetzt. Es wurden Nummernschilder notiert und Personenkontrollen durchgeführt. Die Einsatzkräfte hielten sich von 8 bis 14 Uhr auf dem Wohngelände und somit in der Privatsphäre der Bewohnerinnen auf. Während dieser Zeit war ein freies und unbezwungenes Bewegen im eigenen Zuhause nicht mehr möglich. Auf anschließende Fragen von Gemeinderatsfraktionen, wie das zu rechtfertigen sei, weicht die Stadt nun aus. Was sollen wir da noch sagen, außer wir fordern die Akzeptanz und die Bereitschaft einer dauerhaften Lösung für Wagenläden in Freiburg, in Berlin und überall. Für eine freie Wahl der Wohnform. Liegt uns keine Steine in den Weg, sonst überlegen wir uns, was wir damit machen. Grüße an Rummelplatz und nehmt euch, was ihr braucht und lasst euch nicht vertreiben. Alles Gute für euch aus Freiburg. Aktuelle Situation der Schattenparker und des Lebens im Wagen in Freiburg. Nach mehreren Monaten der Verhandlungen mit der Stadt Freiburg kam es nun zu einem neuen Vertragsabschluss für das Übergangsgelände im Industriegebiet Norden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, von der Stadt Freiburg aus dem Zusammenhang in Freiburg. Nach mehreren enfants unden, die Stadt Freiburg ist niemals zu einem neuen Tag, die Stadt Freiburg aus dem Unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.